Hallo zusammen, mich hier ist wieder, tschala, und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar durch euch heute wieder so einen kleinen Chiefman Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir unter Erkunden finden, und zwar dann unter Shadowlands, und zwar schimpft sich das Ganze der sündige Reiter. Und hierfür müssen wir insgesamt vier Pferde mieten, beziehungsweise drei, wenn wir es richtig machen, und zu bestimmten Positionen reiten. Es sind insgesamt vier Positionen, und wie das Ganze funktioniert, will ich euch mal zeigen. Wir befinden uns jetzt hier unten an den Koordinaten 69, 58, und dort haben wir schon das erste Pferd, was wir uns holen können. Und da können wir einmal draufklicken, und wenn wir draufklicken, dann müssen wir fünf von den Rubinen, durchflutete Rubinen, schimpfen sich die, die müssen wir zahlen. Wenn wir das machen, mounten wir auf und reiten los. So, wo kriegen wir diese Rubine her? Die droppen hier überall in der kompletten Zone, wenn wir eine Forquest absolviert haben. Diese Forquest, die ist einmal hier unten im Endmorast, und die schimpft sich auch Endmorast, oder der Endmorast, irgendwie sowas. Die müsst ihr machen, dann müsst ihr fünf Rubine aufsammeln, und dann habt ihr die Möglichkeit, im ganzen Gebiet die zu bekommen. Wenn ihr hier irgendwas macht mit Worldquests und Konsorten, dann habt ihr da meistens eigentlich die Dinger gecappt. Also dann sollten das kein Problem da stellen. So, das war jetzt der erste Ritt, den habe ich auch schon abgeschlossen, und zwar Dunkelhafen heißt der. Wir sind jetzt hier einmal auch im Dunkelhafen angelangt, und dementsprechend haben wir jetzt das erste einmal abgehakt. Diese Rubine könnt ihr übrigens auch bekommen über die Daily Chest, wenn ihr zum Beispiel hier nach Revendreth gehen müsst, und irgendwelche Aktivitäten abschließen müsst, da habt ihr dementsprechend auch die Möglichkeit, die Rubine zu bekommen. Gut, dann haben wir jetzt hier vor Dunkelhafen das zweite Pferd, und zwar hier auf den Koordinaten 60, 62, und ich würde sagen, auch das quatschen wir einmal an. Übrigens, diese Rubine sind gecappt auf insgesamt 100 Stück, heißt, wenn ihr mehrere Achievements machen wollt, die diese Rubine beinhalten, dann solltet ihr vielleicht gucken, dass ihr vielleicht die hintereinander macht, wenn ihr da mehr braucht, wobei man für die meisten Sachen nur fünf benötigt. Ich habe vorhin auch so ein Gargoyle-Chiefchen gemacht, da braucht man auch nur fünf Stück pro, das backt zwar manchmal ein bisschen, aber dementsprechend hält sich das Ganze hier in Grenzen. So, das nächste Pferd sollte uns jetzt nämlich einmal hier hinterbringen, um dann den nächsten Punkt abzuschließen. Und wichtig ist immer, ihr müsst den kompletten Ritt fertig ausführen, deswegen zeige ich euch das jetzt hier auch komplett im Video, um dann den Fortschritt herzukriegen. Es gibt ja hier auch nochmal ein anderes Achievement, wo ihr so Kutschen reiten müsst, da müsst ihr tatsächlich nur immer kurz einsteigen in die Kutsche und bekommt dann schon den Credit. Hier müssen wir tatsächlich zu bestimmten Orten hinreiten, um dementsprechend den Punkt zu bekommen im Erfolg. Den letzten, den wir jetzt gleich noch, oder das letzte Pferd, das wir gleich noch offen haben, da können wir, soweit ich mich da informiert habe, gleich zwei Punkte an sich abschließen. Ihr seht, jetzt haben wir das alte Tor auch noch einmal mit eingetütet. Und von hier aus müssen wir jetzt zum letzten Spot und dann können wir hier den Flugpunkt einmal auf die andere Seite rübernehmen. Also ich habe jetzt den Flugpunkt hier gewählt, verkohltes Bollwerk heißt das. Und hier haben wir dann hier oben beim Stallmeister in der Nähe das letzte Pferd. Und dieses letzte Pferd müsste uns theoretisch zwei Spots abdecken. Und zwar sind das die zwei letzten Spots, die wir hier noch brauchen. So, vielleicht ist nochmal kurz zur Erklärung. Also wenn ihr hier diese Pferde nicht anklicken könnt, ihr braucht diese Kristalle. Und die Kristalle könnt ihr erst looten, wenn ihr hier unten die Quest gemacht habt. Mentmoras, da werdet ihr am Anfang ja auch hingebracht. Das ist glaube ich, innerhalb von den ersten zehn Quests kommt man da vorbei. Das ist aber nicht in den normalen Queststrangen mit drin, sondern das ist eine Quest, die man am Rande mit aufheben muss. Ich vermute mal, wenn ihr das Ganze macht mit einem Char, wo ihr die Kampagne geskippt habt, dann müsstet ihr da selber nochmal hingehen und das extra mitnehmen. Wenn ihr es mit einem Char macht, wo ihr die Kampagne eh durchgespielt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich die Quest beim Level mitgenommen haben. So, wir sind jetzt am nächsten Spot, hier bei den Koordinaten 41, 47. Und dort haben wir jetzt das dritte Pferd. Wir zahlen wieder fünf Kristalle. Und dann beobachten wir jetzt so ein bisschen, wie es aussieht. Wir brauchen jetzt noch zwei Punkte, und zwar einmal Loch in der Wand und Zinnen des Tores der Dominanz. Und die müssten wir eigentlich beide da mitbekommen. Das Pferd hat ein bisschen weitere Route tatsächlich. Es läuft nämlich einmal hier komplett über die Mauer oben rum, und dann müssten wir auch wieder zurückkommen. Und ich hoffe, dann haben wir auch beide mit abgehakt, zumindest wurde es mir so gesagt. Einmal da hinten rum. Jetzt drehen wir hier eine größere Runde. Ich muss sagen, das Pferd ist auch relativ schnell. Also Laufspeed haben wir hier 289%. Ich habe da ein Addon drauf, das mir das anzeigt. Ah, seht ihr, da haben wir die Zinnen des Tores der Dominanz einmal abgeschlossen. Dementsprechend kann man dieses Pferd, beziehungsweise es gibt ja auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, so Gargoyles, die einen rumfliegen, auch öfter mal nutzen, solange man hier in dem Gebiet nicht fliegen kann. Ist es tatsächlich eine sehr feine Angelegenheit, denn man ist nämlich ziemlich, ziemlich schnell. Ihr seht hier, wir laufen komplett über die Mauer oben rum, um dann wieder zurückzukommen. Und ich glaube, das Loch in der Mauer müsste auch der Ausgangspunkt sein, wo wir angefangen haben. Und dann müssten wir das Achievement fertig bekommen. Was soll ich sagen? Weil ja genau diese ganzen Transportionswege, die wir haben, die Kutschen, die Fledermäuse, die Pferde, wenn man die alle so ein bisschen weiß, wo die sind und die aktiv nutzt, kommt man tatsächlich wesentlich schneller hier durchs Gebiet durch. So, dann kommen wir jetzt nämlich hier wieder zurück ins Lager. Und jetzt seht ihr, tada, Achievement ist aufgeploppt. Und dementsprechend brauchen wir nur drei Pferde und müssen nicht viel benutzen. Es gibt nämlich sicher noch eins, das einen von hier unten irgendwo hochbringt, aber das können wir uns halt sparen, weil wenn wir zurücklaufen ins Lager, kriegen wir das andere halt mit angerechnet. Gut, dann haben wir tatsächlich das Achievement soweit fertig. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und sonst könnt ihr mich gerne weiterverfolgen bei den nächsten Achievement-Videos. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.